Hallihallo, ich begrüße euch zurück und leg gleich los mit Kapitel 4. Schlüssel der drei Monde. Wenige Augenblicke später direkt hinter dem zerstörten Elfentor. Zurück zu den Bäumen. Dieses Tor habt ihr obertschlechter. Beim zweiten wird euch das nicht gelingen. Das innere Tor nach Silvermoon kann nur mit einem speziellen Schlüssel geöffnet werden und den werdet ihr nie bekommen. Das ist Zeitverschwendung, Weib. Ihr könnt dem Unausweichlichen nicht entkommen. Glaubt ihr, ich fliehe, Forol? Offenbar habt ihr noch nie gegen Elfen gekämpft. Verdammtes Weib! Wir müssen einen anderen Weg über den Fluss finden. Oh no! Die drei... Eine neue Einheit. Gruffbestie. Gruffbestien besitzen die Gespinstfähigkeit, mit der fliegende Einheiten aus der Luft geholt werden können. Das ist schön. So, was muss ich machen? Was ist das diesmal? Zu den drei Altaren hier gehen. Aber erstmal irgendwo... Ein Lager aufbauen. Würde ich mal sagen. Das ist schon besser. Lord Arthas, unsere Streitkräfte können die Flugbestien nicht angreifen. Wir müssen handeln, ehe wir zu Asche werden. Keine Angst. Ah, da kommen ja schon die Spinnen. Spinnen! Was steht ihr denn da hinten so rum? Schön. Entschuldigung. So, hier baue ich jetzt meine Basis auf. Wo soll mein Blut vergossen werden? Wo soll mein Blut vergossen werden? Was lebt ihr? Mein Leben zur Nerul. Was ist es diesmal? Was lebt ihr? Was ich des Schattens begehe? Wo soll mein Blut vergossen werden? Muss man da wieder warten, bis er das fertig gemacht hat. Niemand erteilt mir Befehle. Ah, endlich. Das ist schon besser. What's that? Endlich. Goblin Zeppelin. Eine fliegende Einheit, die Truppen über Flüsse transportieren kann. Ah. Kluck, 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 kluck. Schön. 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 Die Beschwörung ist abgeschlossen. Jetzt Frostmourne. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Oh 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 oh. Ihr blöden Spinnen. Das ist schon besser. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Niemand erteilt mir Befehle. Ah, endlich. Ups. Du musst mich da ab. Ah ja. Ja, gut. Das war wohl nix. Ich geröche mit Freude. Verdammten stehen bereit. Autsch. Ich beuge mich eurem Willen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Es ist mehr Gold erforderlich. Hm. Euer Befehl, Meister. Mein Leben für Ner'zul. Was, was, was? Wollt ihr mir tun? Was, was, was? Die Verdammten stehen bereit. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Mein Schicksal ist besiegelt. Euer Befehl, Meister. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich werde mich nicht mehr hören. Schneller! 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 Es ist mehr Gold erforderlich! Es ist mehr Gold erforderlich! Wir verlangen weiteres Holz! Wieso? Ist doch alles da! Ich beuge mich eurem Willen. Ja, Meister. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich gehorche mit Freude. Ich bin ein Ratschgerät. Ich bin ein Ratschgerät. Ich bin ein Ratschgerät.